Hallöchen, willkommen zurück zu Let's Play The Zelda Ocarina of Time. Im letzten Part haben wir uns ja in den großen Link hier verwandelt. Wo sind wir gewachsen? Und zwar sind mittlerweile sieben Jahre vergangen. Unsere Seele wurde sieben Jahre in dem heiligen, nee, in dem Tempel des Lichtes verbannt. Und somit konnte der böse Gernandorf das Triforce-Fragment an sich reißen und hat halt jetzt ganz Hyrule zerstört. Und wir müssen nun das tun, was ein Held tun muss. Wir müssen das Land Hyrule retten vor dem Untergang. Und da hat uns Sheik einen wichtigen Hinweis gegeben oder eine Aufgabe, dass wir zurück müssen nach Kakariko, um uns diesen Ausrüstungsgegenstand zu holen, den wir brauchen, um den Waldtempel betreten zu können. Und da gehen wir jetzt hier zum ersten Mal auf den Friedhof. Und zwar muss ich gucken, ich glaube, das war hier. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wo das waren. Ich glaube aber, es war hier. Ich kann mich auch täuschen. Bitte, bitte lass dich hier gewesen sein. Nein, 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 hier sind wir falsch. Leider falsch. Dann müssen wir... ...hoffe ich hier hin. Was ist das da? Hoffentlich kratzt es mich nicht an. Was ist das? Du Arsch! Hoffentlich ist das jetzt hier. Jawohl. Fragezeichen. Ihr seht ja diesen alten Typ da. Hier, 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 Junge. Bist du gut zu Fuß? Ich sehe vielleicht nicht so aus, aber ich bin ganz schön schnell. Lass uns um die Wette laufen, wenn du es dir zutraust. So, jetzt müssen wir diesem Typen da hinterher rennen. Aber es ist ganz fies, er hinterlegt immer solche Feuerflammen. Wegen, das ist ganz blöd. Und er führt uns jetzt also zu diesem Ausrüstungsgegenstand. Aber wir müssen, seht ihr ja schon, ein Wettrennen gegen ihn machen. Wow. Wow. Das meine ich. Dann verliert man immer wieder Zeit. Und das ist das Blöde daran. Das hasse ich. Unnötig Zeit, aber... Das fordert Geschick und Aufmerksamkeit. Ich glaube, jetzt ging es hier rum. Genau. Ich nehme jetzt immer noch eine Abkürzung. Und ihr seht, zack. Er ist trotzdem mal mal vor uns da. Es sind auch ein bisschen Zeit weg. Wow. Aber normalerweise sollte man das schaffen. Also, wenn man jetzt nicht total behindert ist und nicht überall in die Flammen reinläuft, oder jetzt hier nicht runterfällt, sollte man das eigentlich gut schaffen können in 1,5 oder so. Oh, 1,3. So, mal gucken, was es uns dafür gibt. Reden. Die Zeit beträgt... 1 Minute 3. Hehe, Junge. Du bist gut zu Fuß, was? Zur Belohnung werde ich dir meinen Fanghaken anvertrauen. Damit wirst du nun an Orte gelangen, die bisher außerhalb deiner Reichweite lagen. Besuche mich doch mal wieder. Wenn du in der Gegend bist, dann gebe ich dir wieder etwas Wertvolles. Noch etwas. Sei auf deinem Rückweg sehr vorsichtig. Okay. Keine Ahnung warum. So. Da ist also der Fanghaken drin. Oh mein Gott, ist das aufregend. Ein Fanghaken. Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Da! Der Fanghaken im Gegensatzmenü. Kannst du ihn auf links und rechts platzieren. Benutze ihn, um ein entfernte Objekt zu dir zu holen. Oder um dich an ein Objekt heranzuziehen. Halte C gedrückt. Und zähle. Mit dem Scheuerknöbel lässt du C los. Also nehmen wir gleich mal den Fanghaken. Zack. Geh mal hier raus. Jetzt müssen wir da irgendwie durch. Aber. Wir kriegen ja einen wichtigen Hinweis. Hey, sieht das hier nicht aus wie das Symbol am Zeitportal? Und deswegen spielen wir jetzt hier. Die Hymne der Zeit müssen wir spielen, damit die beiden Löcke verschwinden. Ich glaube, das ist das Zweit... Nee, ich glaube, das ist das Sieg, das wir am zweithäufigsten brauchen werden in dem Spiel. Nach dem Wegenliegen natürlich. Und hier landen wir in der Mühle, wo wir noch nicht drin waren. Da unten sitzt irgendeiner. Ich probiere den gleich mal aus. Gut, das funktioniert jetzt nicht. Das funktioniert jetzt auch nicht. Auf diesen Herzcontainer holen wir uns. Nein. Oder doch nicht. Oh, was ist mit dem los? Irgendwas hat er gelabert mit Ocarina? Was? Du bist es einer, Ocarina? Das soll doch nicht wahr sein, Junge! Das erinnert mich an diesen Tag vor genau sieben Jahren. Damals kam so ein Ratten-Gesicht hierher. Herein. Und hat ein seltsames Lied gespielt. Das hat alles durcheinander gebracht. Nie werde ich dieses Lied vergessen. Ja, dieser Typ, ey, der regt mich die ganze Zeit voll auf. Ach so. Ich spiele die Melodie mit A und C. Die Hymne des Sturms haben wir gespielt. Wow. Lied Nummer 4 oder 5 schon, glaube ich, war das. Du hast die Hymne des Sturms erlernt. So, und jetzt dreht sich das Rad. Wow, 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 wow. Guck euch das an, Junge. Es dreht sich und dreht sich. Oh, Gott, mir wird ganz schlecht. Wow. Alles klar. Da, wo wir jetzt den Fanghaken haben, können wir ja jetzt eigentlich mal in den Kukiriwald zurück, oder? Was haltet ihr davon? Ich überlege nur gerade, welcher Weg kürzer ist. Und zwar zeige ich euch jetzt diese gute Abkürzung. Wo ich vor ein paar Parts, glaube ich, gesagt habe, noch am Anfang, als wir sieben Jahre jünger waren, habe ich ja gesagt, dass wir noch keine Bomben haben. Und deshalb müssen wir immer außen rumlaufen. Aber jetzt können wir eigentlich... Scheiße, was ist hier denn los? Und deshalb können wir jetzt, da wir Bomben haben, können wir jetzt eigentlich die geheimnisvolle Abkürzung nebendurch Goronia... Ihr werdet hoffentlich noch wissen, was das ist. Scheiße, scheiße, äh... Oh, weil hier sieht viel düsterer Rache aus, als noch vor sieben Jahren. Mann, was ich so in sieben Jahren alles getan hat, oder? Schon Wahnsinn. Naja, aber das Schicksal hat es auf uns abgesehen. Wir sollen Hyrule retten. Das ist ja auch schließlich unser Job, wir werden ja dafür schließlich bezahlt. Wir kriegen ja an jedem Tag ein bisschen Geld überwiesen auf unser Konto nach Hyrule. Deswegen... Das wird's nachts... Mal gucken, ob sich irgendwas hier geändert hat. Hm. Sieht so leer aus, oder? Achso, ja, egal. Ähm. Wo war die denn, die Abkürzung? War die noch eins unter mir? Da war die, genau. Da war die. Nein. So, hier war die. Und ihr hört schon das Lied von den verlorenen Wäldern. Wow. Die Abkürzung habe ich immer genommen. Die ist so genial. Verlorene Wälder. Und jetzt müssen wir wieder zur Waldlichtung hin. Oh, hier bin ich falsch gerade. Sehe ich. Wir müssen wieder... Komischerweise der Vogel... Was ist... Was wird zu denn der schon wieder? Wer sind sie? Mich können sie nicht täuschen. Auch wenn sie Kokiri-Kleidung tragen. Ich habe sie eingefahren zu schützen. Ja, dann müssen wir ihm wohl beweisen, dass wir... In königlicher Mission unterwegs sind und spielen mal Salias Lied. Vielleicht erkennt er uns ja dann. Oder was heißt vielleicht, er wird uns erkennen. Diese Melodie. Salia hat sie geschrieben. Sie... Sie kennen Salia? Das Lied? Salia hat das Lied nur ihren engsten Freunden beigebracht. Nun gut. Ich vertraue dir. Komisch. Irgendwie erinnert mich dich an jemanden. Ja, du erinnert mich auch an ganz viele Leute. Also wie gesagt, ich habe schon seit ein paar Parts schon unseren... Vogel nicht mehr gesehen. Ich glaube, hier sind wir jetzt falsch. Genau, hier müssen wir nochmal lang. Ach Gott. So viele Wege, ey. Ich glaube, aber jetzt müssen wir hier rechts rein. Oh, da... Ja! Ganz stark. Waldlichtung. Ab hier wird es ziemlich eng. Sei vorsichtig, damit dich keine miesen Typen erwischen. Drücke Z und stelle dich gleich in die richtige Richtung. Bla, bla, bla. So schaust du sofort den Gang hinab, wenn du um die Ecke gehst. Hast du dich ja... Ach, hast du dich richtig hingestellt? Heute Zeit gedrückt und laufe Seifes um die Ecke. So kann dir niemand auflaufen. So. Wo? Diese Typ habe ich da gemeint. Also da fand ich ja die Gegner, wo wir hier noch waren, also sieben Jahre jünger, Mann, die fand ich ja noch halbwegs okay. So bist du auch tot? Okay. Naja, weil wir bei dem Typen musst du echt aufpassen. Da. Wow, 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 wow. So, auch tot. Haha. Da können wir mal unseren Fanghaken nehmen. Ich finde den Fanghaken irgendwie blöd, weil der reicht irgendwie nur gefühlte 10 Meter oder so. Das ist nicht viel. Okay, für ein paar wird es jetzt viel vorkommen, aber das ist wirklich nicht viel. Das werdet ihr gleich mal sehen, das reicht gerade so, um da oben hinzukommen. Aber gleich wird es wieder echt episch. Und dafür liebe ich dieses Spiel einfach. Nicht wegen diesem Typen, sondern dafür. Und dafür. Ich hoffe, dass es uns jetzt ein paar Rubiens gibt. Weil das ist einfach, finde ich, die epischsten Momente. Wir waren ja schon mal. Und Salia hat da gesessen. Aber jetzt nicht mehr. Jetzt ist sie weg. In den Waldtempel geflüchtet. Da ist Schiek! Und diese Melodie, ne? Ist einfach nur episch. Da kriegt man echt Gänsehaut. Der Fluss der Zeit ist grausam. Seine Geschwindigkeit scheint für jede Person vorbestimmt. Niemand hat die Möglichkeit, sie zu ändern. Etwas, das sich nie verändern wird, sind die Erinnerungen an vergangene Tage. Genieße da jede Sekunde deines Lebens. Mit dem Minuet des Waldes, kehrst du zum Waldtempel zurück. Wow, schon wieder eine neue Melodie. Hoch, links, rechts, links, rechts. Hoch, links, rechts, links, rechts. Ach ja, die Momente mit Schiek sind einfach so episch. Aber es sei noch mal gesagt. Hinter Schiek verbirgt sich eine andere Person. Das erfahrt er aber ganz zum Schluss. Du hast das Minuet des Waldes erlernt. HSPLP, wir werden uns wiedersehen. Das sind seine häufigsten Sätze. Zack. Und dann verschwindet er. Aus dem Nichts. Wie aus dem Nichts. Wird er vom Erdboden verschockt. Und jetzt zeige ich euch mal, dass das gerade so reicht. Es reicht gerade bis da oben hin. So, und im nächsten Part, da gehen wir es dann richtig an. Da begeben wir uns dann zum ersten Tempel. Zum Waldtempel. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Euer HSPLP. Ich bin vivid. Bis zum nächsten Mal.